Freunde, da sind wir wieder zurück bei der Hederinge Online. Mitten in den Hügelgräberhöhen, wo wir uns aber jetzt wieder davon machen. Und das Bauernfest ist zum Glück immer noch da. Ich hatte schon befürchtet, es wäre... Es wäre bereits beendet, aber ich glaube, das ist morgen erst zu Ende. Von daher machen wir uns mal schnell dahin auf. Diesmal bin ich wieder alleine in der Aufnahme. Aber ja, das heißt nichts. Hoffe ich, glaube ich, denke ich, mein ich. Und von daher, da können wir nochmal was machen. Sag ich jetzt mal. So, wir haben ja immer noch... Gut, wenn wir immer noch Bauernfestquests haben, dann kann man da nochmal gucken, ob man da nicht vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt mitnimmt. Oder, also nicht den Punkt, aber was wir auf alle Fälle machen, ist diese ganzen Taten. Beziehungsweise überhaupt diese Taten, die wir noch vom Bauernfest übrig haben, die können wir mal in Angriff nehmen für coole Titel und andere Dinge, wenn das Ganze mal geladen ist. So, Wasserau, das kennen wir ja schon. Hier waren wir ja schon mal. Ich gehe schon mal zu Grenzerboffin. Tötet die Erntefliegen. Das können wir dann... Und das mit dem Kuchen. Das ist aber auch bescheuert. Aber wir haben nur noch das hier. Und dann haben wir echt... Die Erntefliegen und dann haben wir echt alles. Dann haben wir fast alles vom Augenland. Das ist richtig geil. Das wäre super. So, ich habe mittlerweile 167 dieser Münzen. Das ist natürlich super abgefahren. Grünes Gras. Jetzt muss ich mir eben gucken. Die Taten. Was habe ich denn hier erstmal? Ich mache erstmal meine Hobbit-Geschenke auf, würde ich sagen. Was haben wir denn da drin? Ich spoiler mich mal und habe... Hu, Marta umschultern. Marta um Jäger-Schultern. Natürlich. Und wenn wir im goldenen Geschenk sind... Hu, die Hosen. Die Marta um Jäger-Hosen. Die habe ich aber auch schon längst. Naja, gut. Haben wir sie halt nochmal. Was soll der Geiz? Und ich habe tatsächlich Post. Hier ist der Briefkasten. Ja, hier ist der Briefkasten. Äh, Hunde haben mich fortgejagt. Ich wollte nochmal kurz gucken. Briefkasten, Briefkasten, Briefkasten. Da oben. Wer hat mich schnell in Post geschickt? Wer von euch? Kruelea. Ach. Hallo? Bist du wahnsinnig? Achso, da sind gar keine Münzen. Hügelgräber-Schätze. Natürlich. Das ist sehr nett von dir. Ich danke dir dafür. Das haut den Ruf mal eben. Ja. Auf weiß ich nicht was. Super geil. Besten Dank. Ich lösche den Brief dann mal. Ne, den brauchen wir nicht mehr. Was haben wir noch? Für alle Fälle. Äh, soll ich das aufmachen? Ja, komm. Jetzt hast du sie doch. Sehr gut. Okay. Ich werde sie in Ehren halten. Deine. Ne, das sage ich jetzt nicht. Das wäre jetzt. Hinterher werde ich hier noch für irgendwelche Sachen angeklagt. Das wäre ja sehr merkwürdig. So, hier stehen fünf Stück. Der alte Folklin. Das ist der hier. Zack. Und der ist sofort von besoffen, der Typ. Ha. Ach du meine Güte. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel gesoffen habe. Ja. Deswegen sage ich dir das hier. Ach, ich sehe nichts. Mann. Mögen die Zähne in eurem Haar. Ne. Das ist falsch. Die Schweine, die Bauern begutachten. Sie sagen nur alle falsch. Cool. Und Nummer drei. So. Das geht ja gut ab hier. So, was ich... Oh Gott. Das will in das Läden. Das hier so... So, was ich jetzt auf alle Fälle mal machen wollte. Das ist Grenzerstreif. Ich wollte das Buch der Taten öffnen. Und mir... Klösserasse Epos... Iriador. Nein. Das war doch hier, ne? Rasse Soziales. Epos Ruf. So. Spinnen. Wölfe. Angelspaß beim Bauernfest. Zack. Auf dem Bauernfest. Zack. Das ist was anderes. Spitzmäuse. Eier angeln. Ähm, ja. Eier angeln. Eier angeln. Wir haben jetzt vier Dinger da drin. Gewinnt mit Narzissien. Einen kaputt. Ach, das ist die Schneemann. Das muss ich dann einfach mal... Ja, im Prinzip muss ich sowieso alle bunten Eier einsammeln. Das ist jetzt noch nichts Neues. Seine Hunde haben mich fortgejagt. Dann gehen wir mal kurz die anderen uns angucken. Machen wir das eben schnell. Weil dann haben wir nämlich hier... Hier schließt Grenzerstreife ab. Das machen wir nämlich gerade. Dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir nämlich... Dann kriegen wir nämlich fünf Bauernfestmünzen für. Wow. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Aber das ist besser als gar nichts. Ich habe geröbst. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das ist vier. Mittlerweile kenne ich die... Die Schweine, die Bauern beobachten. Boah, ich bin so gut. Der Beutlin. Trunkenbolde, lalala. Trunkenbolde, schade. Ich habe geröbst. Das tut mir leid. Das ist mir aber egal. Hunde haben mich fortgejagt. Ich könnte ja trotzdem mal 30. Was? Menschen von Bré. Ach, die Menschen von Bré. Ne, da habe ich den Ruf gar nicht. Kann das sein? War das so? Hatten wir das nicht geklärt? Ach ja, hier. Menschen von Bré. Keine Ahnung, ob ich da so wenig habe. Verbündeter bin ich da gerade mal. Das ist echt ganz schön wenig. Aber jetzt kriege ich ja genug Ruf gerade. Zack, so. Die Kartoffeln des Ohms. Das weiß ich nicht mehr, welche der richtige war. Welche der falsche war. Ich gucke einfach jetzt bei den fünf hier. Und irgendwann wird es schon kommen. In der Zeit mache ich mal, klick mal, äh, hundertmal Rechtsklick. Hundertmal Rechtsklick. Ja. Mein Finger wird taub. Das wird schon gehen. Ich klicke schneller, als das Spiel nachkommt. Deswegen muss ich mich da ein bisschen beeilen. Ach gut, mit. Köstlich. Nur um die Köstlichkeiten des Bauernfests zu vernichten. Das war doch auch falsch, ne? Ja, geht doch. Ha. Ah, ich habe gerübst. Ha, ha, ha. Und Färms. Perfekt. Bams. Nice. Und nun? Können wir das wieder abgeben, ne? Ah ja, genau. Lop-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Schala-la-la-la-la-la-la-la-la. Wovie habe ich hier eigentlich? 19.390 von 30.000. Oh, Gottes Willen. Wie viel das hier das meiste. Naja, das sind ja 31 mal 700. Das geht dann, glaube ich, ein bisschen schneller. Dann bewegt sich hier auch mal irgendwas. Weil da sind natürlich... 30 Punkte sind natürlich, äh, sehr wenig, muss man einfach mal sagen. Aber erstmal schließen wir das ab. Und sei doch mal ruhig da, Henley. Zack. Und Tat verliehen. Voller Bauern. Was? Voller Bauern. Bauernfest, was ist das? Verbringt die Tat Siege bei Magots Pilzen. Wieso kenne ich die alle gar nicht? Siege bei... Helfende Hand. Helfende Hand. Schinken, was? Das ist alles Bauernfest. Verbringt die Tat Siege bei Sansons. Siege bei Sansons. Siege... bei Sansons. Habe ich überhaupt nicht. Habe ich die abgeschlossen? Nee. Warum habe ich die denn nicht? Warum habe ich denn das nicht? Können wir das mal einer sagen? Verstehe ich nicht. Oder hier, Siege bei Magots Pilzen. Stufe 1. Angelspaß beim Bauernfest. Ja, das ist ja noch nicht das Problem. Das kriegen wir ja hin. Das ist ja keine, keine wilde Sache. Aber warum ich das andere Ding nicht habe? Verstehe ich gar nicht. Hm, jetzt machen wir erst mal hier. Bam, 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 bam. Nice. Was bin ich aktuell? Kracher. Kracher ist viel geiler. 20 Turbine-Punkte habe ich bekommen. Wie viel habe ich eigentlich aktuell an Turbine-Punkte? 3.000 habe ich. Joa, da kann man sich ruhig schon mal eigentlich, wenn ich mir so die Erweiterungen angucke, die sind eh gerade im Angebot. Ach, die sind eh gerade im Angebot, ne? Was fehlt mir denn? Der nächste wäre Aufstieg von Isengard. 50% Rabatt. Komm. Zack. Rein da. Warenkorb. Zahlungspflichtig bestellen. Kaufe ich. Danke für Ihren Einkauf. Bitte, bitte. Mache ich doch gern. Ein Beleg? Ne, ich brauche keinen Beleg. Sonderangebote. Schlachtzug. Achso, ich habe Schlachtzüge auch noch. Äh. Blöd. Erstmal brauche ich sowieso die ganzen Erweiterungen. Was haben wir hier noch? Reiter von Rohan kostet auch 1.200. Die sind gerade im Angebot. Ich könnte für 2.1 Helmsklam kaufen, aber Helmsklam ist sowieso die letzte. Deswegen kaufe ich jetzt das Ding nochmal. Und dann habe ich bis auf Helmsklam alle Eddons. Geil. Das war jetzt gut. Was ist das denn? Äh. Äh. Wieso habe ich jetzt auf einmal ein Pferd bekommen? Warum habe ich jetzt auf einmal ein Pferd bekommen? Weißt du, leider? Ich meine, nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Das ist ziemlich geil sogar. Das ist ziemlich geil. Was habe ich noch? Turbinepunkte gewährt. Titel gewährt. Was habe ich denn für einen Titel? Ach. Freundin der Mark. Eure Hingabe an das Volk Rohans. Ist den Pferdeherren bekannt? Ach, wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass man da eine Reit hierfür kriegt. Das ist ja super. Wie heißt denn das? Eisenherz. Das ist ein ziemlich cooler Name. Das ist ja geil, dass man da ein Pferd direkt für kriegt. Das finde ich ganz schön gut. So, und wie man sieht, bin ich jetzt auf Maximalstufe. Das heißt, die letzten 17 Kardulan-Schmuckstücke, die gehen wieder in die Truhe in unserem Sippenhaus. Also, wenn irgendeiner von euch da noch was braucht, einfach mal in Sippenhaus gehen und... Ach, guck mal, Kruelia ist online. Gibt's ja gar nicht. Sippe hinzufügen. Einladen. Ah, gehört schon, hä? Wollten wir nicht... Egal. Dann halt nicht, wenn du schon in einer Sippe bist. Hä? Was soll's? Mir doch egal. Nein, Quatsch. Ist ja jedem... Selbst überlassen, um Gottes Willen. Ich zwinge ja hier keinen. So, große und kleine Fische. Tut mir leid, aber das muss jetzt nochmal getan werden. Weil das nämlich zwei von drei. Aber vorher, vor allem anderen, geht es ab nach Sansonshof. Das war falsch, oder? Sansonshof? Ne, Sansonshof ist genau richtig. Warum hab ich denn diese Tat nicht? Versteh ich nicht. Die müsste ich doch eigentlich auch haben. Ist mir gerade rätselhaft. Hier, in Sansonshof. Fährt zum Bauernfest. Ah, hier sind wieder viel zu viele Leute. Scheiße. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Zwei Minuten. Nicht die abgeschlossenen, hier. Voller Bauernfest. Vollbringt die Tat, helfende Hand. Was ist... Wo ist denn helf... Ich bräuchte hier immer so eine Suchfunktion oder so? Bauernfreundin. Helfende Hand. Helfende Hand. Helfende Hand. Ist das vielleicht einfach irgendwo hier drunter? Schatten von Angmar. Klein. Helfende Hand. Hier unten ist... Ach so, Anominas. Ach so, wir sind abgeschlossene. Weltberühmt. Guck mal hier. Ich hab schon drei Stück auf volle Pulle. Oh. Das Eiergerangel hat begonnen. Da wollen wir doch mal eben schnell ein paar Hühnereier sammeln. Die anderen scheinen das alle noch nie gemacht zu haben. Wo sind die Eier? Wo sind die Eier? Na komm. Eier? Da ist ein Ei. Ich will eigentlich nur die bunten Eier. Ich will nur die bunten Eier. Ja, die machen echt nicht mit. Haha, ist ja witzig. Vier und fünf. Nice. Ach so. Das war nur... Nein, das war kein weißes. Ne, das waren jetzt fünf. So. Dann können wir die anderen auch noch einsammeln, ne? Wenn wir einmal dabei sind. Ich hätte aber lieber bunte Eier. Ehrlich gesagt. Vor allem haben die noch keine einzige faules Ei fallen lassen. Da ist ein buntes. Sauber. Zumindest ein rotes. Habe ich das schon? Weiß ich gar nicht. Da ist noch... Oh, jetzt wird's aber gut hier. Nein, das ist weg. Scheiße. Ah, die verschwinden wieder. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Guten Tag. Zack. Und nochmal sieben Münzen. Ey, wie viele von diesen Münzen man kriegt? Das ist echt nicht normal. Aber ich brauche... Ah, das rote habe ich schon. Scheiße. Ich brauche das blau und das grüne. Ärgerlich ist das. Ärgerlich. Das geht nur einmal in der Stunde, ne? Ja. Ich könnte das hier zurücksetzen und nochmal mitmachen. Wie viel kostet das? Fünf Stück? Oh, das ist mir zu viel. Ne, das ist mir zu viel. Oder? Wie viel? Oh, 195 davon. Ich habe nur 187 Metrilmünzen. Ja, das ist natürlich... Nicht allzu verkehrt. Wie viele Zeichen habe ich eigentlich? Tausend habe ich. Tausend Zeichen. Ist jetzt auch nicht die Welt. Hm. Ähm. Was ich auf alle Fälle mal tue. Zurück zum... Dings. Und... Jetzt muss ich einmal angeln.